Liebste Schwester, es heißt, der Kaiser habe den Kindern angesichts unseres ruhmreichen Sieges einen Tag schulfrei gegeben. Ich weiß, meine Neffen hätten lieber etwas zu essen. Wir sind hier auf verlassene Lager der Briten gestoßen, die von Vorräten überquellen. Wir essen unsere Kriegsbeute buchstäblich auf. Es gibt Brot, Eier und Bier. Sobald wir Amir genommen haben, versuche ich, euch etwas zu schicken. Eier und Bier. . . . Was ist das? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Werf ne Rauchkanate! Vorsicht jetzt! Werf ne Rauchkanate! We have taken objective apples. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. Clear the sector from enemy presence. 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 We have taken objective by. We have taken objective apples. Clear the sector from enemy presence. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. Clear the sector from enemy presence. Clear the sector from enemy presence. Clear the sector from enemy presence. Ja! Wir müssen uns aufpassen. An Objective Charlie We have taken Objective Apples 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 We are losing Objective Charlie We have lost Objective Charlie Yes Yes No Get out No Get out Get out We are losing Objective Apples. We have lost Objective Apples. We have lost Objective Butter. ... ... ... ... We have taken objective Charlie half of our forces remain We have taken objective butter We have taken objective butter I don't know if you don't know if any of you don't know No, 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 no First half Fertig! Jetzt der Granate! Ich werfe der Granate! Ich werfe der Granate! Ich werfe eine Granate! Das Granate ist auf! Das Granate ist auf! Ein Sentry Kit ist zu nahe deiner Beine. UNTERTITELUNG We have taken objective charge. Fifty of us. We have lost objective Charlie. We have taken objective apples. We have taken the sector. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. We have taken objective charge. 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 Oh, oh, oh! 20 of our soldiers remain. Scheiße, ich hab was abgekriegt! Ich brauche den Klinge aus. Ich zeichne bis wir kommen. Ausfass, die Granate, raus! Die Granate, raus aufpassen! Ich werfe dir noch Granate! We lost this fight. But our war is not over. Out there remain thinned ranks of shaken survivors and raw recruits. You are the best of all Germany's great armies. At them again. Die Granate ist raus, aufpassen! Granate ist raus. Aufpassen! Granate ist raus! Kampfer, watch out! Rauchgranate ist raus! Rauchgranate unterwegs! Ich werfe die Kranate! Ich werfe die Kranate! Los jetzt! Ich werfe die Kranate! Ich werfe die Kranate! Rauchgranate raus! Ich werfe die Kranate aufpassen! Ich werfe die Kranate! Ich werfe die Kranate! Ich werfe die Kranate! Ich werfe die Kranate! Wir haben den Fassel gehört! We are losing objective butter. We are going to see what is going on with the first grenade. Dynamite is ready. All the load is ready. Die Granate ist raus, hoh und zu! Wir haben Objective Butter genommen. Sie sind in der Welt gezwungen, und die German-Egel sind über Europa gezwungen. Die Allies werden sicherlich nun beendet werden, mit unseren großen Leidern zu beendet, die alle Konditionen sind. Mit Deutschland nun die Hauptbahnfahrt der Hauptbahnhof von Amiens, die Allied-Armies in Frankreich wurden verletzt. And if Paris were to fall, the surrender of France would likely follow. In this situation, Britain would have no choice but to seek a truce while they planned their new strategy. This speculative situation would surely impact the outcome of the war. For more information, visit www.fema.org www.fema.org